Schicksal Schicksal, das ist so eine Sache. Ich glaube nicht an Schicksal, so wie in unserer Opergeschichte heute. Wieso spiele ich die Geige? Ja, ich musste auch Klavier spielen, aber es hat mir nicht gefallen. Ich glaube, es gibt auch keine, es gibt die musikalische Begabung, es gibt auch die instrumentale, instrumentalische, wie soll ich sagen, instrumentalische Begabung. Und ja, vielleicht, das war vielleicht Schicksal, tatsächlich. Das hat mein Großvater gesagt, probiert, nimm die Geige in die Hand, als Kind. Und es hat mir gefallen. Es war ein Auftragswert von einem Sängerkollegen. Es gab einen italienischen Tenor, der in Sankt Petersburg sang und der gesagt hat, schreibt doch mal ein Stück für Sankt Petersburg. Also er ist ja sehr hart getroffen worden durch den Verlust von Frau und Kindern. Ich weiß nicht, wie viele Kinder da betroffen waren, aber es war auf jeden Fall, er ist im allerengsten Familienkreis einfach sehr früh mit dem Tod konfrontiert worden. Und ich denke, dass natürlich da vielleicht eine gewisse Verbindung entstanden ist, dass man so ein unausweichliches Schicksal auch mal als Opernstoff für sich selbst annimmt, auch einen Teil als Verarbeitung. Ich komme ja aus der DDR, aus Ost-Berlin. Ich hatte ein wenig anderes Schulsystem. Das heißt, man hat als Kleinkind schon angefangen, in Musikschulen unterrichtet zu werden. Dann gab es Spezialschulen automatisch, daran schließend die Hochschulen. Und so war das eigentlich ein ganz kontinuierlicher Weg, bis ich dann letztendlich hier in Stuttgart gelandet bin. Nein, ich wurde nicht den Besten geschickt. Ich bin selber gegangen und zwar kurz vor dem Mauerfall. Ich hatte einen Ausreiseantrag gestellt, 1986 war das, und habe dann drei Jahre gewartet. Es war ja überhaupt nicht abzusehen, wie die Geschichte in der DDR verläuft. Und sie haben mich dann im Juli 1989 rausgelassen. Da muss ich das Land innerhalb 24 Stunden verlassen. Eine Sache, bevor wir das Stück ein bisschen auseinandernehmen, würde ich gerne loswerden. Erste und zweite Geigen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vor O. Letzte Triolengruppe, 6 vor Otto K. Ist geschrieben, weil es ja nicht wirklich gedruckt ist in dem Material. Vermutlich Dis-Cis-Cis, sollte aber Dis-Cis-H sein. So wie 1, 2, 3, 4, 5, 6 nach Nathalie. Also beide Stellen gleich. 6 nach N entspricht 6 vor O. Beide Male ist die vierte Triolengruppe Dis-Cis-H. Beide Male ist die vierte Triolengruppe Dis-Cis-H. Die vierte Triolengruppe Dis-Cis-H. Ich wollte eigentlich Trompeter werden. Und bin mit acht Jahren zur Musikschule gegangen, wo es so eine Art Vorstellungsgespräch gab. Das war ein Cottbus. Das Ganze war noch nach dem DDR-System aufgebaut, dass nicht jeder, der an die Musikschule wollte und ein Instrument lernen wollte, wirklich auch einen Platz gekriegt hat. Also gab es ein Vorstellungsgespräch bei dem Trompetenlehrer, der aufgrund der Zahnlücke zwischen meinen vorderen und oberen Schneidezähnen gesagt hat, es wäre unmöglich, dass ich Trompete lerne, weil mir irgendwie das nötige Gebiss fehlt. Und meine Eltern saßen mit drin und haben gesagt, ja, schade, dann gehen wir halt wieder nach Hause. Und ich habe eigentlich mehr aus einer kindlichen Trotzreaktion rausgesagt, ja, dann lerne ich halt Schlagzeug. Man fühlt sich auf jede Geige wohl, mit der Zeit. Geige ist wichtig, aber nicht das Allerwichtigste. Die Geige ist nicht alles freilich, ist schon ein wesentlicher Bestandteil, aber nicht das Wichtigste überhaupt. Es gibt schlechte Geiger mit tollen Geigen und sehr gute Geiger mit schlechten Geigen. So ist das halt. Drei, vier, eins. Und... Papá. Ja, warte. Untertitelung. BR 2018 1982 kam ich nach Deutschland. Ich komme aus Ibenbögen, aus Rumänien. Ich wusste, ich komme nach Deutschland, da muss ich Probespiele machen. Also ich muss beweisen, was ich kann. Also so, sagen wir es psychologisch, war ich schon vorbereitet. Das ist eine ganz andere Mentalität, es geht hart auf hart. Also es gibt kein Pardon, überall die Leute sind höflich, aber sehr direkt. Die Geschichte dieser Oper ist sehr verworren, sie wird relativ selten gespielt. Ich habe sie auch nur ein einziges Mal komplett dirigiert. Es geht im Grunde genommen um ein altes Adelsgeschlecht in Italien im 18. Jahrhundert. Einen Marchese di Calatrava. Dieser schwerreiche Marchese di Calatrava hat zwei Kinder. Leonora, seine Tochter und einen sogenannten Don Carlos, ihren Bruder. Und es passiert im Grunde eine Geschichte, die man heute mit den Ehrenmorden vergleichen kann, die wir immer mal in der Zeitung lesen. Die Tochter verliebt sich in den falschen Mann, auch ein Adeligen, aber er ist halb indianischer Abstimmung. Damit ist er für diese Calatrava-Patenfamilie, die so ein bisschen mafieske Züge hat, ist er absolut unbrauchbar. Der taugt gar nichts. Die beiden sind aber schon sehr eng, richtig zusammen, heimlich und wollen auch heiraten und wollen fliehen. In dem Augenblick, als sie das tun, wie es in der Oper so ist, werden sie entdeckt vom Vater, der die beiden zur Rede stellt. Und Alvaro, genau dieser halb indianische Sprössling, auch edlen Geschlechts, also auch ein Adeliger, will zeigen, dass er eigentlich keine Gewalt anwenden will, um seine zukünftige Frau oder Gemahlin, wie auch immer sie wollen, zu kriegen. Er nimmt die Pistole und legt sie auf den Boden oder wirft sie auf den Boden. Aus der Pistole löst sich ein Schuss und der trifft genau den Vater tödlich. Also sowas gibt es nur in der Oper, klar. Übrigens, das passiert nach 20 Minuten und die Oper dauert ungekürzt fast dreieinhalb Stunden. Also das ist nicht die Handlung der Oper, das ist eigentlich die Vorgeschichte. Und dieses Badabadam, 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 ist die Flucht der Leonora mit ihrem Alvaro. Da versuchen die zu türmen. Jetzt weg, jetzt weg. Melodiöser. Badabadam. Oh, wie sind die auf die Idee gekommen, Kontrabass zu spielen? So ein großes Instrument, das ist doch kein Fraueninstrument. Das höre ich heute immer noch. Das ist die übliche Reaktion. Damals in der Musikschule in Plowdiv in Bulgarien, wo ich studieren wollte, gab es keine, nicht so viele freie Plätze. Für Klavier sowieso nicht, für Geige nicht. Und es gab es bloß für Kontrabass, Schlagzeug und Toboe. Und dann irgendwie, ich weiß nicht, so, einfach so habe ich mich entschieden für Kontrabass. Hier im Tempo, ja. Hier. Ja. Jetzt ein bisschen Zeit geben da, ja. Ja. Ja, ein bisschen zuhören auch. Und jetzt weg, jetzt weg. So leid, wie es geht, oder? Neue Strophe. Genau. Wir waren drei Kinder und alle sollten was spielen und es war mehr mit Widerwillen verbunden am Beginn. Und irgendwann, nach Gitarre, Klavier, Flöte und all möglichen Dingen, so klassisch eigentlich, ist dann das Cello geworden, relativ spät, mit zehn erst. Aber eigentlich zufällig, muss man sagen. Also zufällig? Zufällig, in dem Sinne, ich habe das Instrument irgendwann einmal in einem Konzert gesehen und gesagt, okay, das würde ich machen. Es war aber jetzt eigentlich keine Liebe auf den ersten Blick, sondern es hat sich dann so entwickelt und, ja, mit der Zeit viel Spaß gemacht, ja. Und dann, ja, mit der Zeit viel Spaß gemacht, ja, mit der Zeit viel Spaß gemacht, ja, mit der Zeit viel Spaß gemacht. Und dann, ja, mit der Zeit viel Spaß gemacht. Danke schön. 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 Danke schön.